herzlich willkommen zu einem weiteren battle brothers video genau letztes mal sind wir an dem camp hier an den raiders gescheitert und ja das müssen wir jetzt noch mal probieren viel spaß jetzt sind zumindest alle voll geheilt hier muss halt einfach was soll ich andere sorgen und machen ich meine bei dir du stanz sowieso niemanden nehme ich dich mit dass du hier wir wollen kann ich das genauso mit dir machen du brauchst ja nur tank 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 hunderttausend tanks dass der halt nichts gehittet hat das geht mir richtig auf den sack auch bei du bist eigentlich so ein noob bist du eigentlich kann ich eigentlich nicht aufstellen und nicht verlieren du hast eigentlich ganz geil wie die skil alles schmutz Da packen wir den Dicht mal drauf, ja. Ein Flex Damage zu Hit-Points. Bei denen mal ein bisschen durch die Rüstung durchkommen, irgendwie. Die... Hat er noch einer ein Schild? Weil gestern krieg ich die Brüder ja sowieso nicht. Wird halt zu hier schon irgendwas? Ne, ah, ne. Bei dir werdet ihr nicht, was du wirst? Bernd Fried, was warst denn du? Gut, du hast jetzt momentan voll... Ach. Und rein. Rein, hab ich gesagt. Engage. So. Na ja, wir warten mal wieder ab. So, der platziert sich jeder so hinter und ballert. Das ist doch schon wieder Kacke. Weißt du, da rutsche ich... Das geht so gar nicht. Dann rutsche ich hier runter. Und du kannst mich mal... Oh, der kommt... Warte, jetzt gehen sie ran. Das geht mir doch schon wieder auf den Sack hier. Dann rutschst du auch noch eins runter. Dann rutschst du auch noch eins runter. So. Okay, jetzt kommt der Typ raus und fängt sich ne Schelle ein. Geil. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Brücke ich mir die jetzt auf und es gibt ne Spearwall. So, die Guys move wir dann jetzt hier rein. Ich warte jetzt hier... Du... 4... 48... Geil. So. Fertig. Der wartet. Dann kann ich auch warten. Ebenfalls warten. Spearwall. Warten. Komm ich mal hier mit her. So ist dann die Frage, ob der hier ran rutscht oder da ran rutscht. Dann... Okay, ist fertig. Gut, jetzt werden hier die Fronten aufgebaut. So. Shieldwall. Fertig. Ne, du bist nur fertig. Du bist auch fertig. So. 51. 52. Her damit. Sehr patschig. Beiden wir hier. Ah, der wäre wichtig gewesen. Vielleicht... noch eins runter. Ich warte mal, ob ihr moved hier, ihr Typen. Mit dir warte ich auch. Du brauchst unbedingt wieder Spearwall. Ah, fertig wollte ich eigentlich nicht machen. Gut. Okay, reicht uns. So, dann rutsche ich mit dir jetzt hier runter, dass ich den Typen dann bearbeiten kann. Und hier muss ich zwar oben und bleiben. Und du nimmst den jetzt nicht. Shit. Bitte ab. Wichtig. Du hast eh noch Spearwall. Okay, das reicht nicht. Ah. Alter, dass die den da hinten treffen. What? Ah, ey. Come on. Okay, gut. Jetzt muss es ja sein hier. Du kommst hier nicht außen rum, du kleiner Drecksack. Ah nee, es geht nur eins, ne? Ach, das wird, glaub ich, richtig dämlich. Ähm. Ich würd sagen, ich move mal hier rüber. So, mit euch muss ich übelst aufpassen. Ah, der wär so wichtig gewesen. Der hat halt so viel... Alter Eintreffung. Das ist... So, jetzt ist es egal. So. So. Wichtig. Der switcht. Und jetzt stirbst du. Geil. Okay. Das Problem ist, der mit seinen Wurfexten... Und move ich da jetzt ran oder lass ich's bleiben. Ich mein, der Spazienten kann immer noch kommen. Aber sonst soll der mich hier außen lautschen nicht. Oh ja. Oh ja. Alles Kacke. So. 50. Ach. Komm hierher. Machen. Schildwall. So. Mit dir rutsch ich halt auf, hä? Zählt ja alles nix. Und warte jetzt erstmal ab. Okay. Du rutschst auch ran. Schildwall. Schildwall. Oh, der kommt jetzt ganz außen rum. Das ist richtig shitty. Ich rutsch jetzt hier ran und geb euch auf den Sack. Gerade egal, aber es ist... haha. 48. Richtig. Gut. Das hätte ich nämlich jetzt viel vergessen. Ich darf nämlich nicht so weit ran rutschen hier. Okay. Und jetzt hauen tot, bitte. Ja. Und du auch nochmal. Ja. So, du gibst auf, ne? Kriegst trotzdem mal weg. Du rein mit. Du machst das Shieldwall. Komm, rutschst hier ran. Oh, wie weit bist du denn noch rüber? Oh, wie weit bist du denn noch rüber? Ich fang mit. Ich fang mit. Ich fang mit. Ich fang mit. Das ist echt nehm. Und das ist wohl so schön. Ich fang mit. fahrt jetzt rein der kleine so so du lädst nach, kommst mit kommst auch mit du bleibst mal hier du auch du kommst mit und du kommst definitiv auch mit ach ne, jetzt habe ich, ja, das ist falsch geklickt ok, der haut rein du bist fertig mit der welt ja, darauf wollte ich gar nicht ja, jetzt ist er weg, oh Gott, ist die los ok, aber wir haben es immerhin fertiggebracht und überlebt der hat zwei neue Verletzungen Milliskill, oh und Rangeskill, das ist nicht gut und Split-Shoulder, eieieieiei aber hier ne geile Rüstung die ist auch wichtig, dann kann ich nämlich dem Typen endlich mal seine blöde Mistgabel wegnehmen geil ok nehmen wir als allererstes safe ok, so, du kannst wieder auf die Rückbank hier auf die Rückbank ähm so, gucken wir doch mal Meister die wird wobei, wir sind hier Tanke am meisten eigentlich bist du ja Tank, ne dann kriegst du jetzt das Ding das Ding hat jetzt 50 55 das du 20 guck zack jetzt können wir mal schauen 20 das war noch mehr, ne 20 und du kriegst jetzt endlich deine blöde Mistgabel abgenommen und kriegst das Teil hier ähm zack wurde auch mal Zeit ok hier wird ein bisschen in die Mitte geschoben du behältst deinen Mist erstmal ok haben wir jetzt hier nicht bei irgendjemandem ein Level auch gehabt ne, nur Perks ok bei Perks muss ich mir ja noch einig werden wie wir das machen ok dann zurück ab vor Ort ich habe auch keine Tools mehr schon wieder mal ganz kurz ähm wo sind wir denn hier wie heißt hier Open Herstal wo sind es welche Haus Kathedorm ja in return Kragen ist noch lange Terrified der Villagers my hast Terrified Villagers so gut dann warten wir jetzt ab die sind immer noch neutral ja Open Herstal Halschlag ach nee guck hier Kragenwander Kragenwander get friendly drei Jahre später morning jetzt habt ihr wieder auf sehr schön so hast du jetzt besseren geileren shit für uns das Fleisch muss ja nicht wenn man irgendwo loswerden schaut es mit Früchten aus das kann man mitnehmen und wie schaut es denn hier aus mit acht richtig bescheiden das ist auch nicht für mich billig na gut ihr habt auch keine Quests mehr wir schauen die Moral aus die Moral ist eigentlich in Ordnung Heilung habe ich auch noch genug macht es denn hier mit dem Ship irgendwo hinzu ne nicht wirklich dann würde ich ehrlich zu sein wieder zurück zack vielleicht haben wir eher mal noch eine Mission haben sie kann ich hier mittlerweile ne immer noch denselben Käse das ist genauso wenig wert der Fisch ist einiges wert da kriegt ein bisschen Fisch Tools immer noch arschteuer aber können wir nicht ändern was habt ihr man walking around you're not understanding was haben wir hier der live torus mund die jungen hammer Ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer, ein Hammer. Ach. Erstmal, Hammer. Okay, da drüben wollten wir sowieso hin. Nehmen wir mit. Guter Mensch. Exit. Da wollten wir sowieso hin. Ich hoffe, da greift mich nicht gleich irgendwas komisches an. Nein, okay. So, bei euch war ja auch alles richtig kacke teuer, ne? Beziehungsweise konnte ich eh nichts verkaufen. Wie schaut's mit? Nope. So, das war ja letztes Mal so ein bisschen die Todesroute. Mal schauen, ob ich das gebessert habe. Die würde ich gerne umgehen. Okay. Die hätten auch ne Quest. Wie schaut's denn bei euch aus? Könnte ich euch irgendwas verkaufen? Nope. Wie schaut's denn sonst aus? Müll, 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 Müll. Dann geht's weiter. Na, komm. Oh, Supply. Heilige Scheiße. Das ist so eine große Kammermann. Ja, na ja. Mal gucken, ob wir jetzt noch hinbekommen, dass wir hier mal irgendwie friendly mit irgendeiner Runde werden. So. Sehr schön. Die haben auch ne neue Quest. Hier in der Taverne. Und die sind jetzt umherse... Ach nee, Ambush Trade Roots. Okay. Ah, hier, endlich. Vielleicht kann ich mal ein bisschen was teuer verkaufen. Obwohl, jetzt brauche ich es mittlerweile eh wieder selber. Hehehe. Das ist alles noch nicht so geil hier. Habt ihr... Alter, ist das teuer. Leute. Ich glaube, das war im Süden alles deutlich einfacher, oder? Was habt ihr? Äh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Tausend! Drive of the Barbarians. East of Hammer. Barbaren. Irgendwo da drüben. Wie schaut es denn jetzt hier mittlerweile aus? Haben die sich endlich mal kuriert, hier, die Spinner? Doch, immer noch ein bis zwei Tage. Und der Typ auch immer noch. Ein bis zwei Tage, ey, Leute. Ah, was richtig? Hammer, open. Open! Naja, gut, ich meine, wenn ich die Quests mache, dann sind die vielleicht endlich mal freundlich mit mir. Aber, um ehrlich zu sein, ey. Ich bräuchte auch mal 2.000 Supplies und alles. Und 1.000 Tacken? Das wird schon nicht ohne sein. Wir campen jetzt mal. Und da wollen wir, dass sich unser Trupp endlich mal aufrafft. Und da wollen wir, dass die Gehro und die Brawler endet ein Kampf. Oh. Oh! However, a few very powerful betting brokers are upset. Hmm, in a turn you get a percentage of the winnings. Nein? Ha! Ich glaube, das habe ich falsch verstanden. Ha! Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. Das ist nicht ein permanenten... Gott sei Dank habe ich gerade gespeichert, Alter. Leck mich an. Ha! Ha! Oh, come on, ey! Ha! So. So. Genau. So. Also nochmal das ganze, zweiter Versuch. Wir warten noch eine Nacht. Ich hoffe, dass ich unsere Typen hier mal regenerieren. Hm. Hm. Ah. Dann haben wir noch einen Tag rum. So. So. In der Hoffnung. You gain. Oh! Geil! One in Wagon. 12.000 Supplies. Was wollen wir denn mehr? Perfekt. So. So. Den nehmen wir jetzt an. Und dann geht es da jetzt rüber. So. Wie schaut es denn bei dir aus? Was hast denn du noch? Damage inflicted. Na ja, gut. Was soll's. Ähm. So. Du warst ein neuer, ne? Du warst ein alterer. So. Bernfried. Du wirst da vorne reingestellt. Huch. Jetzt können wir den mal in die Hand drücken. Das ist eigentlich mal ganz geil. Zu spät. Dann kriegst du das Ding. Du rutschst nur eins rüber und du rutschst hier rein. So. 12 Leute. Ich hoffe, das reicht. Kurs auf. Safe. Und dann geht's rein. Uiuiuiui. Just it. Just it. It seems it. Already clashed. The savages. Everything is this out. Battlelands. The. Welcome to the north. You are not the. Inhospitable. You may think. As your tradition. We believe that the battle between two men is just an honorable. Unvaluable between two armories. Burly man steps forward. He looks. He unhooks the pelt and tosses them aside to reveal the body of pure muscle. But. Put. Four of your champion. Outsiders. I would rather. Burn down the whole camp attack. Dirk. Dirk damage. We fought you for fight your champion. Tja. Tja. Probieren wir jetzt. Mit einem einzigen kampf. Das ganze zu machen. Oder. Greifen wir das ganze camp. Tja. 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 und er auch okay aber ich glaube die haben keine Ranges deswegen versuche ich mal mich hier hinterzu verbröseln also noch eins, dann nehmen wir noch eins okay du steppst mal hier mit hin du kommst hierher nagelt nur kein fest, dann ist mir alles Wurst so du mit deiner Kleber kommst hierher du musst hier hin du musst hier hin vielleicht sogar mal was war da rauf du kommst dann auch zurück Bernfried nein shit okay gut dann müssen wir die Attack-Line halt hier aufmachen du wartest mal kurz du musst einfach mal hier her und wartest jetzt kam dir auch noch Wurfsperre ey okay du bist hier eigentlich schon ganz gut das hat zu gut wie kein Schaden gemacht also okay du rutschst auf und das Joy Armor ja ich mein konntest ich sehen lassen so Spear-Roll ganz wichtig du rutschst hier rein und versuchst den Typen halt mal zu stunnen geil du hast ihn dann nochmal richtig auf die Schnauze tja pack ich die Ranges jetzt hier hin genau was können wir denn mit dir überhaupt machen strike a sweep strike that can cover two distances of tiles okay das ist das und hook 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 and pull close if there is space achso okay da kann ich quasi ranholen ist die Frage hau ich den gleich tot oder warte ich ab dass die sich ich glaub ich warte mal ab kommt so mit dir rutsch ich ran mit dir rutsch ich hier ran und mach hier Spear-Roll dass der gar nicht auf so Gedanken kommt na komm dann hau ich ihn doch tot gut jetzt rutscht der bis dort rein alter naja gut schließe ich halt auf oder gut der ist nackig dann kriegt er schön einen drauf und nochmal jawoll fieldwall und dann kann er nicht mehr move'n okay du kriegst auch ich bestelle ihn jetzt oder nicht kann ich einfach noch das shield nehmen stopp ich kann den auch in Ruht ne kann ich nicht dann steppe ich jetzt hier rein mit dir komme ich auch hierher noch shieldwall mit dir steppe ich eins runter und noch biowall okay wichtig wichtig also auf den muss ich aufpassen ach du scheiße okay es lief richtig geil bis gerade ich glaube jetzt bin ich richtig am Arsch oh Gott bitte hau nicht mit einem Schluck tot bitte ach ne es war ein anderer er hat mein Schild zu hauen ich glaub's nicht geil so ich nehme Matthias noch das Schild was betäubt hoch falsche taste ah der wäre richtig gewesen zack und shieldwall und ran zack und ran ok gut dann geht's drauf ich muss hier definitiv mit ran und helfen wichtig oh der hat rein geil ok kommande zurück wir müssten doch wieder hier rüber ach komm jawohl jawohl so du kriegst auf den Platz und ach komm du musst wieder gestunt richtig und geil weg mit dir so du rutschst ganz ran und verpasst die meine oder nicht alter ok gut ich hoffe das rächte ich jetzt nicht oder hätte ich eigentlich mit dem unterkriebe hingest der muss jetzt sterben der typ auch wichtig 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 uff mellis 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 pierced hand und pierced muscle dann quasi ja der ist quasi überhaupt kein anderes mehr hehehe ok aber hat funktioniert lief gut gut das hier go cheese tools and supplies oh alter der ist richtig geil was sind das eigentlich sind das schwerter cleaver one handed mhm ui axthammer one handed der hat bestimmt richtig rein äh nehm mit ui axtm ui soo da bin ich das level ab du kriegst auf jeden fall das brauchst du nicht so jetzt mal initiative bei vielleicht mal ein bisschen doch ab und zu mal ein bisschen range machen wir mit euch das braucht ihr eigentlich nicht auto the traveler du bist ja auch irgendwas der mit ortiges da mag heißt es dann kannst du als allererstes mal eben leben drauf war aus dir ein frontliner mal schauen der bernfried was bist du bernfried irgendwas tankiges oder initiative hast du nicht viel gehst du shield das ist ein stand board sagt und noch mein schild hm 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 so unser nimble hat schon ganz schön aufm hm 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 bekommen bei euch muss ich mir immer noch überlegen was ich euch skill als archer ok und dann hätten wir das aber erstmal ne pass auf das teil 105 das ding hat 50 her damit zack 50 die haben alle ähm hm glaubst du dich ja da gucken die ist deutlich besser du musst schau da kriegst du das ding 50 die hat schon 50 du hast garantiert noch was jo das kriegst du auch du hier ok 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 schick kann ich immer noch ein bisschen was reparieren das lacht ich eigentlich fast nicht aber was soll's den würde ich gerne reparieren dich auch und du bist ein bisschen auch richtig geil ok gut dann wieder kurzer safe und dann geht's zurück und wir geben den ganzen spaß ab lief doch top ja rauskommen und man geht mein kämpfen blödsinn so hammer oh shit da waren grad die sind richtig krass berg relation friendly he ambition gefüllt geil the company gained renown die wären alle freundlich ist doch schick komm ich bin hier rein und zu gucken so die sind jetzt immer noch ambushed das ist nix wert warum habe ich eigentlich noch tukos sind immer noch arsch teuer ich krieg die modden kann ich euch wenigstens shit verkaufen hier nicht wirklich dann braucht man auch nicht momentan genug zu sagen was hat denn hier ein bisschen brawler kommen dann müssen wir mal ein bisschen neu nehmen wir mit das bist du zahler nehmen auch mal mit und jetzt muss ich erst mal ein bisschen das war's schon okay dann muss ich mal gucken du bist doch fatigtyp was ist das? resolve, mini defense, cocky hmm robert was hast du? resolve resolve 2 das wäre doch so ein möglicher mini defense while retreating ne so gut bringt man nicht viel aber der wäre doch dann vielleicht einer die mal so ein bisschen auf gut fängt halt bei 8 an das ist wenig minus 5 minus 5 wenn der diese kack minus 5 nicht hätte wäre der richtig geil bei mini defense bei plus 2 bei 2 sternen wo kommt man da raus wo kommt man da raus mili skill 2 sterne krieg ich immer plus 3 immer plus 3 immer plus 3 ja bei 33 ne 30 29 ich mein gut bei ray hier oben hättest du auch viel oder wär ausbaufähig kostest du mich was? 14 ne du dat sehe ich nicht ein weg mit dir oport und was dir könnte ich vielleicht sortieren machen wo das auch mit einem resolve wert also wir müssen dich erstmal auf die bank packen dich auch hm hm was machen wir denn mit dir? behalten wir dich erstmal wir behalten dich erstmal zack 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 wie immer ich weiß nicht, was hast du hier? dann packen wir dich mal hier irgendwo mit hin im Moment hat er aufgefahren ja aber ok gut dann würde ich mal sagen wir gehen mal wieder zurück in den süden hier rollfeste holzschlag jo zurück hier hammer mili es ist es ist ein das ist das ist das ist ich weiß es ist Falsch. Hier. Retinue. Manager. Retinue. Aufnahmen kommen mit Verlust. Da kann man sich nämlich noch... Okay, dafür aber noch nicht gehen. Noch Zastra. Noch Leute hinzuholen, die dann Boni gewähren. Genau. Dann müsste ich weniger für neue Rekruten bezahlen. Was bringt der mir hier? Mehr XP. Ja, alles mögliche. Okay, aber das sind wir bei weitem noch nicht. Hm. Könnt ihr mal gucken hier? Mein Paubon. Wie schaut's denn? Wie gesagt, du wärst nicht dabei, aber... Paubau bau. Paubau bau. Paubau bau. Könnte man schon schaffen, ne? Ich hab doch grad gespeichert. Komm, was soll der Geist? Jetzt muss ich nur kurz gucken. Kann ich dich trotzdem aufstellen? Ne, du hast überhaupt keinen... Okay, ach guck mal, jetzt haben wir hier den Hammer. Den könnte ich ja mal einfach euch in die Hand drücken, hier. Ja, dann wäre es gelbe, du. Chuck. Guck. Hm. Hm. Denn noch können wir ja ein wenig rumprobieren hier. So lang wir... ... es noch auf keine Waffe festgelegt haben. Die würde ich doch auch mal reparieren, ne? Und... dass ich hier mal fertig werde. Hm. Ich hab' vielleicht noch irgendeiner ja zufällig richtig viele Ranger hat. Der hat relativ viel, aber na gut, du bist dran. Okay. Dann probieren wir es doch. Rein da. Ja. So. Danke, dass das immer ist, wenn die Stunde gerade so krumm wäre. Hehehe. Okay. Das ist natürlich... Hm. Aber ich starte wenigstens auf dem High Ground. 9% Hitchance. Und die da hinten kriege ich bestimmt... Oh, 48 wäre auch geil. Ich mein' der Hund wär mir... Bummi. Und ob ich jetzt auf den schieße? Ah nein. Aaaaah. Ja, so viel zu dem Thema. Wir spielen safe. Dass die halt zuerst movement. Hm. Das ist... Schade. Oh, das fühlt sich schwer aus. Das ist nicht geil. Und der D-Wurf... Ohhhh. 62. Ohhhh. Treffen ja nicht mehr. Weg mit dir hier. Shit. Mit hier kann ich nur warten. Ja gut ran gerutscht. Kommt jetzt. Eh alle nicht. Bye. Oh, ich hab' ihm kein neues Schild gegeben. Shit. Oh, shit. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Darüber poppig. Knockback. Das wäre doch ganz gut. Geil gewesen. Alter. Die ging mir jetzt schon ab. Alter. Die ging mir jetzt schon ab. Komm. Sehr schön. Mit deinem Schild. Sehr schön. Und du... Blöder Köter. Endlich. So, dich treffe ich auch noch. Ah. Ah. Das wäre das B-Roll. Das ist ja mächtig und läuft hier. Jetzt geht er unten runter. Verdammt. Auch nicht schlechter Move-Level. Oh, oh. Vorne. Oh. Oh. Wichtig. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Heilige Scheiße, ey. So. Du bist dran. Nein. Komm. Stichen ab. Ah. 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 Ich müsste diesen blöden Hund da oben mal runterbekommen. Ah. Oh Gott, der kann ja nicht mehr, kann ich den blöden Previ nicht, dann muss ich dran glauben, trifft er wieder nicht. Oh, komm schon ey. Na ja, wird ein Reload. Ach komm, was ist denn jetzt los hier, komm, so, ich glaub mit dir sollte ich auch langsam machen. Und jetzt noch einmal treff ich ihn, ne, ach ist das ein Mist. Weißt du, ist mir noch ein Free hier, ja, blödes Mist, wie. Moven wir ran, und ran, zack. Jetzt können wir auch noch gar ranmoven, um das Sticht zerhauen. Ach ja, guck mal, jetzt kann ich das mal probieren hier, zack. Ah. Hey. Genau so wollte ich das. So. Mein Damage-Odo kann ich aber nicht hergeben. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Na ja, was haben wir denn hier noch? Brigands. Brigand Poachers und Brigand Raiders. Oh. Die sind ja noch schlimmer. Die hab ich ja überhaupt keinen Bock hier. Gut, dann lassen wir das. Schaff ich das noch, Evening. Gerade so. Und dann ist die Stunde auch schon wieder rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Battle Brothers. Ciao, ciao.